Guten Tag, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich mit dabei sein darf und für Sie ein bisschen was lesen mag. Ich habe mein Buch mitgebracht, das da heißt Was wirklich zählt? Das sind kurze Blicke aufs Leben, Ermutigungen für den Tag ist der Untertitel und ich denke, dass in dieser seltsamen Zeit wir alle Ermutigungen brauchen können. Das sind meine Beobachtungen von oft kleinen Situationen im Leben. Ich bitte aber auch Menschen, mir solche einfach zu schreiben. Das gilt auch für Sie, wenn Sie mögen, wenn Sie ganz kleine Situationen der Dankbarkeit des schönen Lebens erkennen, dann schreiben Sie mir Ihre Beobachtungen und einige dieser Ermutigungen darf ich Ihnen jetzt vorlesen. Das ist ein kurzer Text, den ich gern mag. Frühlingsgefühle heißt er. Immer wieder treffe ich Menschen, die mit ihrem Leben irgendwie unglücklich sind. Nicht das richtige Unglück, das große, das schmerzhafte, sondern das Unglück, das man zu spüren glaubt, wenn das Glück gerade Pause macht. Sie sind gesund, aber irgendwas zwickt halt immer. Sie sind schön, aber nicht so schön, wie Sie gerne wären. Der Bauch ist zu groß, die Brust zu klein, die Hüften zu breit. Sie haben einen Beruf, aber da läuft auch nicht alles so, wie Sie sich das vorgestellt haben. Sie werden geliebt, aber nicht genug geliebt. Ganz normale Menschen also, die grundlos unglücklich sind. Und manchmal gehöre ich wohl selbst auch dazu. Und dann gehe ich in diesen Tagen durch den Garten. Nicht einmal der mutigste Modeschöpfer würde die Farbkombinationen wagen, die die Natur jetzt bietet. Tausende Grundtöne. Hellgrün, Dunkelgrün, Grasgrün, Smaragdgrün, Apfelgrün, Lindgrün, Tannengrün und vieles mehr. Dazu Zartrosa, Magnolienblüten, Violetterflieder mit seinem unvergleichlichen Duft, ein strahlendes weißes Meer von Schneeglöckchen, Krokusse und Tulpen mit leuchtend bunten Farbtupfen, Ottergelb, Knallviolett. Die Welt wird schöner mit jedem Tag. Man weiß nicht, was noch werden mag. Das Blühen will nicht enden. Es blüht das fernste, tiefste Tal. Nun, armes Herz, vergiss die Qual. Nun muss sich alles, alles wenden, schreibt Uland. Die ersten Frühlingstage haben uns dieses Gefühl beschert. Die Kraft der Sonnenstrahlen und die Farben des Frühlings lassen uns für Momente selbst traurige Gefühle, schreckliche Nachrichten, schlimme Geschehnisse, graue Gedanken vergessen. Es blüht. Jedes Jahr unglaublich, überraschend, verlässlich. Ich gehe durch den Garten, Sonnenstrahlen kitzeln meine Nase und ich spüre bis in die Zehenspitze, dass ich lebe. Dieses Blühen erkennen und darauf vertrauen, dass sich immer wieder alles wendet. Das ist das Frühlingsgefühl, das grundlose Glück. Ungeplant, unverdient, unvorhergesehen. Wenn wir es nur zulassen. Dann habe ich diesen Text mitgebracht aus dem Buch, was wirklich zählt. Es geht um Dialekt. Mit Freude und Respekt beobachte ich auch die Tätigkeit verschiedenster Dialektretter und Wortbewahrer. Es ist tatsächlich eine wichtige und dringende Aufgabe, unsere Sprache zu pflegen, damit sie nicht zu banalen elektronischen Kürzeln verkommt, die zwar praktisch sind und dem Tempo unseres heutigen Lebens entsprechen, dafür aber oft entzählt und leer sind. Schön sprechen. Gerade am Land wuchsen ganze Generationen mit diesem zweifelhaften Kommando auf. Ihr Dialekt wurde ihnen regelrecht aberzogen. Dazu kommen Trends aus Werbung, Medien, Fernsehen und Filmindustrie, denen unsere Sprechweise zum Opfer gefallen ist. Es ist also höchste Zeit, alte Worte nicht nur zu bewahren, sondern sie wieder zu beleben. Kombinäsch oder Blutzer, ein Kleinod oder mein Augenstern. Selbst der Amtsschimmel wiehert heute selten. Sich gewahr werden sagt viel mehr aus, als bloß etwas herausfinden. Wer dahin sieht, ist nicht nur krank. Geschmeide drückt mehr aus als nur Schmuck. Gestade ist mehr als nur die Küste. Aber Witz ist schelmischer als jeder Unsinn. Ein echter Gefährte ist nicht nur ein Partner. Ein Bankert ist eben nicht nur ein uneheliches Kind. Obacht geben, feil bieten, töricht, feist, geschniegelt, Maulaffenfeil halten, verwordagelt. Ja, selbst das Fräulein gibt es heute nur ganz selten. Nach dem Urlaub machte mir eine nette Dame ein wunderschönes Kompliment. Sie sagte, haben Sie schöne Guckerschecken? Ein wunderbares Wiederhören nach Jahrzehnten mit einem so schönen und leider oft vergessenen Wort. Zitterklänge. Es war nur eine ganz kurze Notiz, die mir Richard Riedl aus Hall in Tirol geschickt hat. Er schreibt, seit vielen Jahren spiele ich in einem Seniorenheim Zitter, Akkordeon, Gitarre. Immer wenn beim Fortgehen eine Dame ihre Hand auf meinen Arm legt und sagt, komm ja wieder, Zitter ist sowas Schönes, dann fühle ich mich stundenlang wohl. Es waren nur diese wenigen Zeilen, in denen doch so große Menschlichkeit und tiefes Gefühl steckt und eine Geschichte, die ich mir dann versuche auszumalen. Ein Seniorenheim in Tirol also. Menschen, die sich entschieden haben, ihre eigenen vier Wände aufzugeben oder diese aufgeben mussten, weil ein eigener Haushalt so beschwerlich ist, weil sie nicht mehr für sich selbst sorgen können. Das Alter ist nicht nur schön. Manches tut weh, der Körper, die Seele. Hier geht es ihnen gut, die Menschen sind nett, das Essen schmeckt und man ist nicht alleine. Die Bewohner hier blicken auf ihr großes Leben zurück. Erinnerungen an Kindheit, an Schule, Beruf, Familie, an gute und schlechte Zeiten, an Wanderungen in die Berge. Die wunderbare schneebedeckte Nordkette ist ganz nah. Heute schauen sie nur mehr von unten hinauf. Die Kinder kommen nur manchmal besuchen. Sie sind halt viel beschäftigt. Sie sind ja noch jung, sie stehen mitten im Leben. Aber manchmal. Manchmal kommt der Herr Richard mit seinen Instrumenten und er bringt alles Schöne zum Klingen. Mit dem Akkordeon, der Gitarre, besonders aber mit der Zitter. Melodien aus ihrem Leben, wie gut es tut. Bevor er geht, legt dann eine Dame ihre Hand auf seinen Armen und sagt, kommen Sie ja wieder. Und das macht ihn so glücklich und alle Bewohner auch. Danke. Danke.